Hallo, ich bin Robin und ich gewinne, weil ich auch unser Störber bin. Hallo, ich bin Pawau und Robins Ego wird zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Ich habe das erste Spiel schon mal gewonnen. Pawau darf dementsprechend auch anfangen und ich werde nachziehen. Man sieht, Pawau hat eindeutig zu viel Krafttraining gemacht heute. Leider auch nicht. Knapp sieht anders aus, aber reicht, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen das Ganze nochmal, weil das war ja beides ein Skandal. Mal schauen, ob er mit dem Druck umgehen kann. Oh, der ist gut. Nee, doch nicht. Ich habe eindeutig das Wischen vergessen, deswegen ging das ein bisschen in die Hose. So, ich würde sagen, wir holen mal das Zentimetermaß raus, wenn der da dran ist. Ich würde sagen, das ist ein eindeutiges Putt, oder? So, machen wir noch einen Durchgang, also zweite Runde, dann haben wir einen Putt. Der ist gut, der ist gut. Ja, der kommt, der kommt ab. Oh, nee, der ist kurz. Der ist kurz. Wiederholen schieben. Ja, ich würde sagen, ja, fast. Wiederholen schieben. Ich würde sagen, wir nehmen nächstes Mal definitiv hier die Schieber mit, damit sie die Eisbahn ein bisschen gerader machen. Also, am Koffer liegt es definitiv nicht. Julian Schieber? Julian Schieber, den brauchen wir fürs nächste Mal. Ja, jetzt, also. Nee, ich habe auch nichts gesehen, du. Warte, Köln sagt, nee, alles regulär zugegangen, du. Ich würde sagen, einen machen wir noch, just for fun. Du kriegst von mir Bonuspunkte, wenn du da vorne noch ein paar Leute umkurvst. Man sieht, er hadert mit seinem Spielgerät. Wenn du noch längere Arme machst, kannst du vielleicht nächstes Mal sogar drauflegen. Ja, es fällt mir einfach nichts mehr ein. Ich habe nach Ausreden gesucht, aber... Gratuliere, Robin! Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, der Druck hier bei den Menschenmassen, die hier anwesend waren, war einfach zu groß für mich. Und ja, deshalb habe ich den Koffer zu schlecht gerollt und völlig verdient gegen Robin verloren. Also erstmal von meiner Seite ein riesen Kompliment an Pavo fürs erste Mal in China. Ich glaube, da hat sich einfach meine langjährige China-Erfahrung durchgesetzt hier vor Ort. Und demnach war es ein knapper Sieg für mich. Aber würdiger Gegner, können wir gerne wiederholen. Man kann hierüber sagen...